Faschingszeit, Erkältungszeit, Ingwerzeit, das neue Ingwermischgetränk mit Bier aus Unterschleißheim, Ingwernarisch, das probieren wir jetzt. Ordentlich Ingwer drin, leicht scharf, leicht bierig, genau das Richtige für den Unterschleißheimer Fasching, Ingwernarisch aus Unterschleißheim, probiert das beim Schützenstand hier am Faschingstreiben, hier am Rathausplatz in Unterschleißheim, probiert das. Das war's, das war's.